So, Drongo Carry. Schauen wir doch mal, wie das Bild sich macht. Und dass wir den Leuten hier ein bisschen Klatsche auf Matsche geben. Wir fangen tatsächlich an, ich glaube mit dem ganz normalen Dingen hier. Mit unserem tollen Sweat, mit unserem Resolution. Wir gehen hier auch direkt auf Damage. Fangen mit unserer, äh, mit unserem Dings an. Holden Rusty, genau, mein Boomerang. Mein Boomerang. Och doch. Oh doch. Ach so, deswegen noch Captain... Ja, siehste, schon wieder komplett raus. Captain Nabesh. So, wir passen mal hier ein bisschen für Fangmar auf. Sein Blue wieder auf. Scheint aber nicht zu kommen. Gut runtergepokt. Hat er schön getroffen. Hm? Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein, jetzt hab ich den großen verpasst. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig für uns. Es sei denn, der kann sich halt gut hochheilen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich verkack grad die Last Hits. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und jetzt, wo der Streaming-Rechner wieder fertig aufgerüstet ist, habe ich unter der Woche dann hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Das war's für heute. Meine Güte, der Silence gilt auch für deinen Scheiß-Port nach vorne. Richtig nervig. Hast du mittlerweile mal gerendert? Ja, hab ich. Dauert nur noch ein Viertel, Schrägstrich ein Fünftel so lang. Also von daher ist alles schicko. Also von daher ist alles schicko. Sehr genial. Hab heute gerendert. Anstatt vier oder fünf Stunden, eine Stunde. Richtig genial. Ich hab schon wieder ein Mirror-Match. Hab ich das mal gesagt. Das war wieder voll klar. Na scheiße, Mann. Kann mich die Last jetzt hier die ganze Zeit verkacken. Gehen die Back? An ally has perished. Hm. Ah. Um. Hmph! Your skill rises! Your skill rises! Was die erfarmen den die verlieren? Ah, wir bauen danach den hier. Das heißt, wir können uns hier nochmal ein bisschen Damage mitnehmen. Ja, war jetzt vielleicht ein bisschen doof, dass ich gerade weggegangen bin. Aber ich wollte mir einen kleinen Vorteil verschaffen, solange die eigentlich noch hinten im Tower gegen die Minions rumkämpfeln. Die Wave ist auch nicht so gehaftig. Allein Tower unter attack. Alles, wo ist er? Um, um, um. Jetzt haben sie auch den Gold wieder verpasst, sehr gut, schön gemacht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, los. Schade. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Dude. I don't know. I don't know. Was ist denn jetzt? Lul. An ally has been slain. An ally has been slain. So, wir gehen jetzt wieder hier wieder hin. Das macht nämlich keinen Sinn für uns. Ich muss mich halt ein bisschen feeden gerade. Oh, den hat er schon gemacht. Der Sack. Was ist denn jetzt? Warum ist rechts so doll... Ach, komm, oh ne. War ich irgendwas verpasst? Oh. Oh. Sehr gut. Mittere Tower, ja, mach den doch. Oh, den hab ich verkackt. Kannst du glauben? So, dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen rotieren können. Mana haben wir jetzt nicht mehr so viel. Der River ist gleich ab. Alex, was Kaffee? Okay, Kaffee, willst du Kaffee trinken? Ich trinke Kaffee. Warte. Kaffee. Die Tauere hat un spiel, oder? Das war's für heute. Ja der Drongo hat ein bisschen das nachsehen. Und wieder Back. Haben gute Punkte. Wir nehmen hier aber Liberator. Das. Squishy Squishy. Ein Enemy? Okay wir müssen links hin. Rasiert der Crunch so hart? Scheint so. Beep beep beep. Beep. Your power group. Erwin. 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 Der Siege Scheiße Jetzt ist Crunch da, jetzt kann ich nicht helfen Leute mal, Leute von heute Das war bestimmt meiner, oder? Ja, meiner Fuck Komm schon Och, Scheiße Er hat den echt hingekriegt Ich habe gedacht, ich hätte genug Zeit Naja An ally has perished Ach komm, Scheiße 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 Jetzt lasse ich mich gehen hier Nein, warum? Jetzt sterben alle Oh, das Ziel schafft es noch Oh, Alter, bis zum Inneb ist der durchgekommene Dude Im petto, vielen lieben Dank Für den Stop Im zweiten schon Danke dir Ist der Ist der Steal auf äh, Livestil Ja, der Crunch teilt gut aus Ich habe ihn zum Glück gekriegt Aber ich darf jetzt nicht weiter feeden Sonst verspiele ich meinen Vorteil ganz schnell wieder Gerade aufgefallen, dass ich Werbung bekomme Oh, sorry, das tut mir leid Ja, normalerweise mache ich es ja so, dass ihr keine Werbung kriegt Aber, oh, Alter, Entschuldigung Das ist die Röpse gerade Das ist Sehr unbegrüßend Oh, nein Jetzt haben die Fangtooth Ach, nö Das macht es für uns jetzt wieder etwas schwieriger Das macht es für uns jetzt wieder etwas schwieriger Das macht es für uns jetzt wieder etwas schwieriger Das ist die Röpse gerade Das war's für heute. Was ist das? so Gucken wir mal was wir jetzt als nächstes machen Oh, wäre jetzt bald eine Möglichkeit Der ist noch nicht hier Aber ich könnte mit 2000 Punkten einfach mal kurz weggehen So, Liberator Ich weiß gar nicht was ich jetzt noch baue Ich weiß es nicht Was habe ich denn gebaut Demolisher, Demon Edge Ich denke Demolisher bauen wir Tauerscheißen die hier Ally Tower Ally Towers Destroying Killing Spree Warum denn Orb Okay Orb ist eine Möglichkeit Aber ich hätte jetzt tatsächlich Fangtooth gemacht Kriege ich den alleine hin Oh, nicey, nice Da wartet auch ein Drongo auf mich Schade So kommen meine Minions We got work to do Noch Mano Na ja, gute Runde War eh vorbei Na ja War doch völlig in Ordnung Schön Runde War doch mal BeWORTH los Was będzie War War $ Margaret War War что Bis zum nächsten Mal.